Welcome back by Berserk and the band of the hawk Wieso singe ich? Ich weiß nicht, das klingt doch richtig gay Ich habe gerade auf Fratzenburg gelesen, dass... warte was Fratzenburg? Keine Ahnung Dass Skyrim den Survival Mode kriegt und jetzt hatte ich die Musik im Kopf die ganze Zeit Ich kannte einfach nicht anders, der Drang war zu groß Heute geht es weiter mit The Brands Guidance Nachdem wir die letzten Male habe ich fast nur VR-Videos aufgeladen Na ja... Jetzt mal wieder Zeit endlich Berserk weiter zu bringen, Boys Wie ging das? Ich vergesse das jedes Mal Die Berserk, vielleicht schaffen wir heute mal alle Alle Zivilisten-Rettner Alle Thiefleasers besiegen Wem Zeitlimit und den Lord of Thieves Das letzte ist wahrscheinlich sowieso wieder easy Die anderen beiden sind die wirklich beachtlichen Ähm... Okay... Okay... Oh... 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 Okay... Brauchen wir nicht, geht eh nicht Alles klar... Und weiter geht's Oh Junge... Ab... Oh... 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 Was ist das? ich bin doch kommen die Waffen in der Nähe das stimmt aber schön leise gezogen aber jetzt kommt keine Animeszenen die überspringen muss ein Vorteil des ganzen hier war zwar der neue Anwärme aber der ist nicht in dem Spiel enthalten in Kredi Blö okay der Verbrechen natürliche ich will meine Edelsteinsammlung ausbreiten vielen Dank genauso ausbreiten wie ich mich immer ausbreite er herrscht fackige nix kattende naja die Lofstar Prozent er mag er nicht mehr man muss man denn hier kommen sie machen kann ja die abklare dem alles lang ja freilich versuch so so besser 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 und die fans ab level 20 abklaren da bin ich voll dabei wundervoll jetzt sind wir noch geiler ab ins battle nur ganz kurz noch mal die behältet damit nichts verkackt alle siebelisten rettener und die ganzen schicklieder sagen machen wir schon irgendwie das geht schon hat aber schnell geladen diesmal da ist er schon pack unser kleiner neuer freund ja mein kinder schon mein dieses schwert ich stelle euch mal vor kannst du jetzt endlich mal sterben du bist nur ein fucking thieve leader kein fucking apostel vor allem ist der wort richtig crazy family friendly weil ich das wirklich und weiter geht's damit wird das sein mit bei der Welt nach wobei ein paar schläge ach ich liebe es einfach meine schläge auszutellen ich bin wobei jetzt hier irgendwas mitnehmen okay dann neuigkeiten aus dem leben eines deck zwei wochen also nicht mal mehr eigentlich ist es nur noch bis neun Tage, glaube ich, waren jetzt. Dann habe ich meine Abschlussprüfung. Aber ich habe die Woche Urlaub, weswegen ich vielleicht sogar zwei Videos hochladen kann. Obwohl ich ziemlich viel lernen muss. Aber wenn ich Berserk hochlade, dann muss ich nicht viel bearbeiten. Das könnte gehen. Aber ich werde das mal versuchen, bald. Ja, bitte, bitte. Oh mein Gott. Kann man die einst am anderen machen? Alles gleich. Fährt, komm. Alle blauen Punkte muss ich beschießen. Ich kann ja mich mal runterlassen. Danke. Ah, so. Der nächste ist gesaved. Und weiter geht's. Hoppala, 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 hoppala. Äh, weiter. Weg hier. So. Kann ich doch durch? Ja, ich kann hier durch. Ich kann hier überleihen, wo ich will. Ich bin fucking good. Get good. Get good, like good. Bitte häng nicht. Ach. Ah, ja, genau. Ich werde jetzt nach des, des, des tollen T-Beutes vorbildes mal versuchen, mal versuchen, etwas mehr Bearbeitung in meine Videos zu bringen, damit es auch mal ein bisschen mehr Aufwand hat. Was mich durchaus auch mehr freuen würde. To be honest. Nur, muss ich noch herausfinden, wie das geht in meinem Programm, da ich da ein Hard-Konten-Nach bin, der einfach nur rendert. keine Sorge, ich komme schon. Vor allem, weil Beutel ein anderes Programm hat als ich. Ja, 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 du Junge. Alter, die übertreibung ist richtig hart. Jetzt chillt mir. Warte, bin ich nicht richtig? Nein, bin ich nicht, ne? Doch. Natürlich werde ich sie retten, aber gib mir mal einen Moment, bitte. Es sind gerade 20 auf einmal von diesen Liedern und tausende von diesen Thieves. Bitte. Jetzt nicht mehr. Bitte. Und jetzt ab zur nächsten Person. die hier ist. Ah, okay. Very good. Friss diese Armkanone. Und jetzt friss mein Schwert. Da. Jetzt werde ich der Beutel klonen irgendwann. Nein, das stimmt nicht. Beutel ist viel mimiger als ich. Wir müssen aber mit meinem Gelegen und was zusammen aufnehmen. WTF, wo ist jetzt der Kerker hier? Hallo? Hallo? What the fuck? Warte noch auf. Hä? Warte, auf der Seite? Kann ja fast nicht sein, oder? Wie viel Zeit habe ich noch? Das ist sogar hier. For fuck's sake. Du hast mir jetzt echt viel Zeit gekostet. Weißt du was? Friss diesen Shit und stirb. Junge, das kann doch nicht weitergehen, ey. Eine Intervention. Es gibt viel zu viel Thieves in der Welt von Berserk. Mein fucking Gott. Die sind eigene Armee. Die könnten fucking... Ja, bitte, bitte. Du hast mir Zeit gekostet. Tschüss. Hop, hop. Fertilo. Fertilo. Wie viel haben wir jetzt noch? Einen nur noch. Bin gleich bei dir. Ach, hier kann man gar nicht weiter. Dann muss ich hier, okay. Ja, moin. Ich weiß nicht, ob der Peth blockt ist. Ich muss jetzt, sonst will ich ihn jetzt noch retten. Jetzt verreckt. So. Das war's. Wundervoll. Ich hab's geschafft. Alle Sit-ins sind... Sit-ins sind... Sit-ins sind so. Fill it. Jetzt muss ich dir die Ideale in der vorgegebenen Zeit gut gesiehen. Okay. Nummer eins ist dann. Komm ich da nicht rüber? Mein fucking Gott, ey. Doch. So. So, einer nach dem anderen. Jetzt du zuerst. Mein Freund der Volksmusik. Hier ist Guts Silbereisener. Und ich schlag jetzt mein Silbereis ins Gesicht, Alter. Er ist gefallen. Und du fällst als nächster auf die Schnauze. Und du fällst als nächster auf die Schnauze. die Lippe siegen. Das ist auch ein Beheldet. Ferdi, wo bist du? Ferdi nennt mein Pferd. Da bist du, okay. Oh, ich erinnere mich. Ich weiß jetzt, komm. Ja, moin. What's get up? Sie ist richtig richtig horny aus. Gibt's nicht euren Kleinen? Das wäre eher mein Fetisch. Lord of Thieves. Alles klar. Für dich gibt's einen Zeitpunkt. Interessant. Oh, okay. Was ist das denn? Ich erinnere mich nicht. Das war nicht sicher. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Spam mit Pfeilen. Okay, dann halt nicht. Ich erinnere mich. Was ist meine Plinge? Du Stück Sch***. das macht echt viel ich glaube eine Phase von ihm kann ich mit einem Heap besiegen wenn ich meinen Super-Mega-Move mache ich dann glaube ich für die letzte auf ok er tut weh Alter ich hab gebloppt du Stück du sick Bastard Alter hier zieh dich auf den Sack weißt du das Alter hat das gar keine Schaden gemacht Junge ich will gar nichts machen Alter das ist doch Code hier ok weg 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 jetzt macht er wieder seinen move ok you fucking piece of shit einfach weiter rauchen dann klappt das schon das ist eine fucking riesen Schlange eine fucking riesen Schlange ist der König der Banditen im Berserk oh mein fucking Gott könnte man müssen chillen Junge der lockt mich einfach Alter ich der Erschreckenbumpf ist richtig durchgeflogen das sollte dich stunnen für ein bisschen aber ok dann gewöhnt und das macht auch gar nichts mehr ok ich verstehe schon ich verstehe schon du bist scheiße ich hasse dich auch ok einmal durchbußen Gott Gott fucking I hate you ahhh ja bist du fertig vielen fucking dank ich Lions bin ha das ist harte Krebses ok zum du musst auch Schaden machen einfach gar keinen Schaden Aber wieso? Ich muss nichts verstehen, Junge. Alter. Junge, er war unsichtbar. Er hackt. Confirmed er hackt. Ich blocke! Sollte ich als Katz nicht in der Lage dazu sein, sowas wie dich zu blocken? Nein! Fuck you, Stück Shit! Ich hasse dich! Let's fucking die! Friss das Ding! Und verreckt! God fucking damn it! Ja, ja. Genau, das ist wirklich schade. Ja, das ist ein piece of crap. Die Goddhand. Wo sind die 5-Gott-Hand? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, dass diese Leute nicht die Erinnerung von meinen Geist. Das ist wirklich! Lass es ruhig sein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Oh Junge, er hat den Namen des Spiels gesagt. Der Name des Spiels ist nicht mehr groß. Der Name des Spiels ist nicht mehr groß. Der Name des Spiels ist nicht mehr groß. Das war wirklich ein Ziel. Und? Jetzt habe ich weitergeklickt. Ich bin so ein Horst. Hab ich jetzt alle 3 bekommen oder nicht? War ich zu lang so für den letzten? Oder war der überhaupt ein Time limit? Ich weiß nicht mehr. Los du ihr Think Pack! Oh! Oh, ich habe Angst! Oh, Gengi! Oh, Giacke! Giacchina! Wenn Sie da sind? Junge, warum Sie hier sind? Es ist Park! Du kennst dich! Das ist der Spätig. Es ist lustig, Jäuse. Es ist ein Spätig, der Mann zu sprechen. Es ist ein Spätig. Man ist Spätig. Ich weiß nicht. Aber ich habe keinen Pett. Ich glaube, es ist nicht so, was ich. Ich sage es, aber ich liebe dich. Du bist die Elf. Warum? Du bist so leid. Du bist so leid. Du bist so leid. jetzt mit sie liebte welch freudiges Wiedersehen zwischen dem lieben Guts und Puk ich frage ob es irgendein war das Eishockey wo mit Pax gespielt wird ich glaube schon ob es da irgendein Meme gibt mit einem denn das kann man sich denken glaube ich und jungen macht das ergriff als nächstes Mal und wir haben doch der Kontrolle das Leben alles ich brauche über die der wichtig gerade damit ich war zu langsam da okay das ist neu das ist neu mit doch gut ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin wer weiß wer weiß ah ja wir wissen das war's mit der heutigen Folge sind 20 Minuten lang glaube ich Prozent wir sehen uns nächstes Mal bis dann du sind übrigens Bis zum nächsten Mal.